Sebastian Schupan, es hat sich in den letzten Wochen schon ein bisschen angedeutet. Du hast im Trainingslager in Spanien auch schon gesagt, es fehlen nur noch Kleinigkeiten, dass du den Vertrag verlängert. Jetzt ist es dann soweit, alles passt. Ja, alles passt. Es hat ein bisschen gedauert, aber es hat jetzt keine Gründe, dass wir uns nicht einig waren, sondern wir haben uns einfach Zeit gelassen. Wir wussten, dass beide Parteien das Gleiche wollen und das war das Wichtige. Deswegen sind wir jetzt alle froh, dass es geklappt hat und vor dem ersten Spiel jetzt noch. Das ist toll und deswegen sind wir alle happy. Was waren denn für dich die Hauptgründe, zu sagen, ja, ich bleibe bei den Kickers, Verlänger? Ja, erstens fühlen wir uns hier mit der Familie super wohl. Da brauche ich nicht sagen, Familie steht immer an erster Stelle und wenn die sich wohlfühlen, dann fühle ich mich natürlich umso wohler. Und des Weiteren haben wir, denke ich, hier einen super Gespann, alle zusammen. Also Mannschaft passt super, mit dem Trainer passt super und mit dem Verein an sich, der Geschäftsstelle und alles ist eine sehr familiäre Geschichte und das gefällt mir einfach. Und deswegen gab es ja jetzt wirklich von meiner Seite ja keine großen Überlegungen, das anders zu sehen. Gab es denn Alternativen oder hast du gesagt, ich verhandle gar nicht mit anderen, weil für mich ist erst mal Kickers erste Option? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil, wie du sagst, ich von Anfang an jetzt gesagt habe, dass die Kickers, die mit weiten Abstand erste Option sind und wir das besprechen und gucken, ob wir auf derselben Wellenlänge sind. Das waren wir von Anfang an und deswegen gab es für mich überhaupt keinen Grund, mich überhaupt anders umzugucken und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob es Optionen gab. Wenn der Kapitän verlängert, ist das natürlich auch ein Zeichen an die Mannschaft. Es sind ja viele Verträge, die auslaufen. Inwieweit, glaubst du, spielt das möglicherweise auch eine Rolle, dass viele deiner Kollegen sagen, naja, der Schuppi bleibt, dann ist das schon mal ein Zeichen, könnte ich mir auch gut vorstellen, hier auch nochmal zu unterschreiben. Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich damit ein bisschen Anstoß geben kann an die Jungs. Das liegt ja auch nicht immer nur an den Jungs. Der Verein muss ja zuallererst mal wollen und selektieren, wer da in Frage kommt und klar, ich hoffe natürlich, dass ich da den Jungs ein bisschen einen kleinen Schubs geben kann beim Entscheidungsprozess, soweit sie denn wollen und der Verein will und da bin ich gerne natürlich auch Gesprächspartner für die Jungs. Unterschreibt natürlich auch, weil man sich was vornimmt, weil man Ziele hat. Wie sehen die aus und für wie lange hast du denn eigentlich unterschrieben? Ja, jetzt erstmal ein Jahr und dann eine Option. Wir haben auch einfach gesagt, also dass wir von Jahr zu Jahr schauen. Und klar, ich werde nicht jünger, ist logisch, wenn der Vertrag jetzt regulär ausläuft, bin ich dann fast 34 und da bringt es jetzt auch nichts für mich und für den Verein nicht, dass ich hier noch langfristig erstmal unterschreibe und irgendeinem auf der Tasche liege nachher, obwohl es offensichtlich nicht mehr geht. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir gucken von Saison zu Saison. Im Moment fühle ich mich super und fühle mich auch noch konkurrenzfähig zu den ganzen jungen Kerlen, die wir haben. Und wenn das am Ende der Saison, wenn wir uns zusammensetzen und das Gefühl haben, dass es nicht mehr so ist, dann denke ich, wird es da auch keine Probleme geben. Also das war mir das Wichtigste, dass ich in Verbindung mit dem Verein dann nachher bestimme, wann das zu Ende ist und nicht irgendein Vertrag oder dass mir die Zeitung hier schreibt oder so, dass es vielleicht besser wäre, wenn er mal die Schuhe an den Nagel hängt. Von daher ist das, glaube ich, die beste Variante. Du bist ja ja auch noch keine Minute verpasst in dieser Saison. Jetzt kommt eine Gelbsperre, okay. Aber ansonsten, wenn du fit bist und einsatzbereit und nicht gesperrt, dann hast du immer auf dem Platz gestanden. Trotzdem noch die offene Frage nach den Zielen, die wir beantworten müssen. Ja, na klar. Also ich brauche ja nicht sagen, dass wir gerade mit unserer Platzierung, wo wir jetzt gerade sind, unzufrieden sind. Das ist logisch. Wir hatten uns was anderes vorgenommen, in sicheren Fahrwassern zu schwimmen. Und da sind wir aber immer noch selbst in der Lage zu. Wir müssen jetzt die nötigen Punkte holen, so schnell wie möglich und so viel wie möglich. Das hatte ich auch schon in der Pressezeit im Trainingslager gesagt. Und na klar, dann natürlich jetzt die Klasse halten und nächstes Jahr dann schauen, wie viele Leute bleiben, welche neuen Spieler kann man dazu gewinnen. Und dann, wenn der Kader steht, kann man gucken, wie man das nächste Jahr angehen möchte. Ja, sehr, sehr schön. Er geht da voran. Er ist ein wichtiger Spieler, er ist Kapitän und er setzt ein Zeichen, auch intern, natürlich auch extern, was auch schon immer gefragt worden ist. Verlängerter Arm auf dem Platz, hat die Mannschaft, hat eine gute Ansprache vor der Mannschaft. Wir verstehen uns blendend und top Zeichen.